Hallo liebe Alpenimmobilienfreunde, heute ist der Großtag, Übergabe zum Ort am Alpenparks Mat 3. Ich stehe hier in der Penthouse-Wohnung, Blick Richtung West. Unglaubliches Panorama, da werde ich euch jetzt mal kurz bieten. Diese unglaublich große Terrasse, ich führe euch da mal kurz weiter. So schaut das von außen aus. Und von innen riesengroßer Wohn-Essbereich mit Sichthöhe und den Schlafzimmern dazu. Schlafzimmer 1, Licht mit Bad en Suite abgeschlossen. Hier noch ein sehr geräumiges, großes Schlafzimmer. Überall Sicht, Dachstuhl, hinten noch ein WC extra. Und hier die Sauna. Nochmal Dusche, WC. Sehr gut. Meine Lieben, das ist dann das Ende des Projekts. Die Geschenkskörbe sind vorbereitet. Die Investoren, die Käufer dürfen kommen. Dann nochmal kurz das Panorama. Herzlichen Grüße. Ihr Pascal Reisang von Alpenimmobilien. Alpenimmobilien. Gib Herzenswünschen ein Zuhause.